Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hitman 2, ein anderes Leben. Hier kommt der Einsatzbericht. Und in den USA, kurz nachdem, die Sowjetunion verlassen wurde. Jetzt, es ist nicht klar, wann Janus steckt als Konstant, aber seit 2004, er ist eine Räsen von einer ruhigen Gemeinschaft in der Suburban, Vermont. Herr Gray. Genau, also hier ist der Fall. Als E-Lite KGB-Agent, Janus war trainiert, um Interrogation und Tortur zu erzeugen. Kein Drucker wird ihn nicht zu erzeugen, was er nicht will. Sie haben ihn nicht zu erzeugen, aber wenn Providence lernt von uns, die Spiel ist vorbei. Wir fangen an an, Janus zu erzeugen. Wir fangen an, Janus zu erzeugen. Er ist der Real Shadow Player. Genau. Ich werde eine falsche I.C.A. reporten, zu erzeugen, eine Begründung von Janus' Haus zu dem Institut in Rumänien. Die Fall war klar, dass Herr Gray nur ein Figuer. Janus war die Stränge, und mit ihm zu erzeugen. Wenn wir ihn verletzten, werden wir den Militier verletzten. Mal und vorhin. Jedoch, um dieses Sub-Verfuge zu arbeiten, muss man auch mit Janus' Sicherheitsdetail beitragen. Ein Providence-Herald- und ältere Secret-Service-Agent mit dem Namen Nolan Cassidy. Intel ihn als »Diligent« und »Inquizit«. Und wir können nicht riskieren, dass er unsere Geschichte mit seiner Arbeit verletzten. Das sieht gut aus. Ich hoffe, dass ich so. Alles betrifft auf diesen nächsten Bewegungen, 47. Du hast das unsere Kampf gemacht. Jetzt ist es sogar das Spielfeld. Warum? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Okay. Ich habe ihn mit dem einen Schluck-Buch. Und so. Das, was wir hier sicher auch mal gemacht. Janus is the key to bring down Providence so get in there and find us a lead good luck 47 hey cool doesn't get in what is that? what is that? what is that? what is that? Hmm. Wir arbeiten zusammen? Ihr könnt es wissen. Ich kann nicht sagen, dass ich... Okay. Wir haben gegeben, dass einer von Janes Leitrechten hat etwas im Forscher Reservat hinter Cassidys Haus verkauft. Janes ist ein Sicherheitsdetail. Er hat etwas in dem Froghabitat hinter Cassidys Haus gefunden. Was könnte das sein? Okay. Wir sind ja hinter Cassidys Haus, oder? Ach, hier auch noch. Um, auf der Seite. Hm. Okay. Okay. Back to real life. What? Okay. 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 angefangen Ich begin. Okay. 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 Kann ich noch mal Sachen wegstecken? Ah, okay, eine Schaukel kann ich wahrscheinlich noch nicht wegstecken. Ich glaube, Sie haben schon ein Dremel, das ist mir einfach passiert, sehr gut. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Oh, ich hab dich dann. 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 Oh! 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 ich muss jetzt das Gärtner vertreiben so ein paar grämmende Zigarrenkäste ich habe mich jetzt an, dass sie die Slip richten ich kann mich notfalls verkleiden als der andere Hinweise wir wollen erstmal den Hinweisen nachgehen oh, dann machen wir was es da gibt ich habe zu erzählen, diese sind die besten Muffins ich habe immer gehabt ich bin supposed to be the client for a house showing heute, aber ich kann nicht stopper reden vielleicht du kennst ihn? Mr. Nolan Cassidy? oh oh wittleton creek to show a house to nolan cassidy it looks like he's stuck at a local muffin stand at the moment it would be a shame to keep cassidy waiting wouldn't it well he's uh he's interested in the schmidt half down the road you know the one that police shut down after the well i'm not really from around here i don't know anything had no plan hold hold um ha 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 b n n ha 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 so war Mann da überhaupt rein Nööö, okay Oh, was ist das denn? da oben was hatten wir wahrscheinlich macht uns oder so damit ist doch wie kann ich mich denn als Kellner verkleiden hier ist ein Blizist die Puzzle nicht aufbauen 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 Was? Das hat aber keiner gesehen, oder? Jetzt sehen Sie die Machen auf der Obermachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What's lost? 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 das war das ist einmal versteckt Herr Cassidy, ich bin entschuldig für den Verlust. Ich bin bereit, dich zu Hause zu nehmen. Es ist um Zeitpunkt. Lass uns gehen. Du wirst wissen, welcher es ist. Ich bin der letzte auf der Seite. Far in der Höhe. Ja, da wo ich was sage, steht. Oh, Mann, ich bin so haus. Hast du gesehen, dass du den schönen schönen Pannik da bist? Und du hast den Pannik dahinter stehen, selbst wenn es klar nicht mehr Gas gibt. Ich weiß, es ist wunderschön. Warum hast du eine neue Pannik bekommen? Ich hoffe, du hast deine Präsentation in Ordnung. Ich weiß nicht, dass es eine Waste ist. Du verstehst mich? Natürlich, Herr Cassidy. Ich weiß nicht, Herr Mann, 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 Mann. Ich habe eine sehr gute Zeit von in Ordnung. Ich habe eine sehr gute Zeit, für mich zu sehen. Ich habe eine sehr gute Zeit. Ich habe eine sehr gute Zeit. Ich habe eine sehr gute Zeit, Das ist die Unternehmung des Unternehmens. Es ist meistens benutzt für die TV und andere Rekreationale. Ein großartiges Raum, mit zu leicht zu kommen. Ein schmuckes Flühen, mit leichtem Schrauben. Ein Raum mit viel Potenzial. Das ist alles gut. Ist es mehr zu diesem Haus, doch? Oh, mit Sicherheit. Was ist hier? Kommen Sie rein. Ich bin hier. Hier ist noch ein Stück. Ich denke, Sie können es als ein Büro oder ein Büro-Kreationales. Vielleicht ein Ort, um Ihre memorabilia zu haben. Ja, das wird mir nicht zufrieden. Wir gehen jetzt weiter. Hier haben wir die Master-Bathroom. Shower, toilet, double sinks, perfect for the busy couple and large enough to allow for privacy, even when occupied by two people at the same time. I don't know, got anything more interesting to show me? It's all very... A spare bedroom, in case you have a lot of house guests. It could also be used as an upstairs office, or a storage space with easy access to the attic above. Ah, interesting, I suppose, but not really something that's sealed with you. The attic. Not too much to say about it. It's small, tends to be prone to a leaky roof, and likely houses various types of molds. What are you talking about? I don't care about some leaky attic. Get down here! Okay, then get that one more time. Okay, here's the picture. The kitchen. Gas stove. Vinyl floors, which can be quite slippery when wet. Along with the bathroom, the kitchen is the most dangerous room in the home. What about storage possibilities? Anything of that nature you could show me? Yeah, you're on the floor. Yeah, you're on the floor. The basement. The usual boiler elements are to be found down here. And it seems a room with a safe of some sort. Now that would be more light. That looks just like a wall. Nice work, 47. Let's hope he doesn't set off the alarm somehow. Frank, go outside and check the garden. I want to know how visible this vault is from the outside. Anything sticking out of the ground, weird sloping things like that. Got it, sir. So you're looking to sell this for, uh, how much was it again? 1.1? Sounds about right. I suppose that's not unreasonable. And this vault unit? Looks quite versatile. Internal climate control and explosive laser security. All the comforts of home. Yes. Quite interesting. And a nice-looking safe in here, too. Any idea what the preview is? Nolan Cassidy is down. Good work, 47. Janus awaits your attention. I'm just hiding it. So. Leider konnten wir das Haus doch nicht verkaufen. Aber da vorne gab es eine neue Storyline, glaube ich. So muss man dafür jetzt mal hinten gehen. Och nö, sagt. Alter. Ja, es kann nicht wahr sein, dass es jetzt abflürzt. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.